Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Besonders wichtig für eine pflegte Erscheinung ist schönes Haar. Und darum bieten Ihnen grob eine reichhaltige Palette von erstklassigen Produkten an. Dazu gehören auch die Milch Shampoo von Beldam, die nach der neuesten Erkenntnisse entwickelt worden sind. Für jeden Haartipp gibt es ein entsprechendes Beldam Shampoo. In der Wirkung unterstützt durch natürliche Kräuterextrakte. Schachtelhalm ist gut für jedes Haar. Taubnässe hilft bei fettigem Haar. Und Klettwurzeln nützt bei Schuppen. Und jetzt darf ich jemanden bei uns hier im Studio begrüssen, der, ich glaube, man kann fast schon sagen, berufshalber muss schönes Haar haben. Es ist die Eveline Glanzmann, Miss Schweiz, 1985-86. Ja, das stimmt. Ich habe sehr viele internationale Verpflichtungen, bedauernd unterwegs und muss trotzdem immer eine einwandfreie Frisur haben. Da ich meine Haare fast jeden Tag waschen muss, brauche ich ein besonders mildes Shampoo, das meine Haare pflegt und sie nicht auslaugt. Eveline, Sie haben jetzt das Beldam Shampoo ausprobiert. Was ist Ihre Meinung? Ja, ich bin sehr zufrieden damit. Es ist ein wirklich gutes Shampoo. Das sieht man doch. Ich hoffe, man sieht es. Ja, ich glaube, man sieht es. Zusammenfassend möchte ich meinen, das Beldam allein genügt natürlich noch nicht für ein Miss Schweiz-Titel, aber auf alle Fälle ist es der beste Weg zu schönem Haar. Auch bekannte Markenartikel für die Haarpflege kommen Sie bei grob über. Style, der Frisierschaum von L'Oreal, erleichtert die Formen der Frisur und gibt natürlichen Halt. Brille Creme bringt die Schönheit vom Haar voll zur Geltung und die Frisur sitzt tadellos. Der Elnet Haarspray festigt die Frisur auf natürliche Art und schützt das Haar vor Feuchtigkeit. Und Belle Color gibt dem Haar eine natürliche, duerhafte Tönung in zehn attraktiven Farbtönen. Wenn Sie glatte Geschenkidee suchen oder vor allem möchten Sie frühzeitig mit den Weihnachtseinkäufen anfangen, dann sollten Sie den Geschenkkatalog von Ihrem Coopwarehaus studieren, der jetzt mit der Post zu Ihnen heimkommt. Sie finden da drin einen Haufen Geschenkvorschläge, vom eleganten Reisegepäck über die perfekte Skiausrüstung bis zu der neuesten Unterhaltungselektronik, für Hobbyköche hat es etwas und natürlich die tollsten Spielsachen. Und wenn wir schon beim Schenken sind, wie wäre es einmal mit einer Schallplatte. Sie wissen ja, Coop führt laufend die neuesten Titel. Einer lustiges, eher poppiges oder eher rockiges. Was Ihnen auch immer am besten passt. Und jetzt ist es schon wieder Zeit für das Coop-Rezept von dieser Woche. Jetzt gibt es wieder ein grosses Angebot an kräftigem Wintergemäße. Gerade das Richtige für einen klassischen Botteaufeu. Für einen Bouillon ein paar Knochen in zwei Liter Wasser aufsetzen. Peterli und ein Siebel mit Nägelchen dazu. Und ebenfalls ein paar Pfefferkörner und ein Lorbeerblatt. Die Bouillon eine halbe Stunde kochen, abschaumen und siebeln. Ich habe das jetzt auch schon gemacht und mache jetzt das Fleisch rein. Das muss ungefähr eine Stunde Leisling köcheln. In dieser Zeit habe ich das Gemüse fein geschnitten und den Köl gefeiert. Das kommt alles zusammen zum Fleisch in Bouillon und muss eine halbe Stunde mitköcheln. In der letzten Viertelstunde geben wir die Markknochen dazu. Und dann kann man auch klassische Botteaufeu geniessen. Zuerst die Bouillon mit grössten Brotwürfchen und das Prinz. Und dann das Fleisch mit dem Gemüse und dem Markkbein. Das genaue Rezept steht wie immer in der Coop-Zeitung. Und ich wünsche jetzt schon einen guten. Und denken Sie daran, morgen steht das Rezept der ganze Tag im Teletext Seite 270. Das wäre es gewesen für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir danken für das Zuschauen. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfangen der aktuelle Preisschlager. Der Skiträger für sechs Paar Ski gibt es in der Coop-Do-It-Yourself-Läde für nur 39 Franken statt 49,90. Bis am nächsten Zistag gibt es bei Coop Gala-Frischeier-Teigwaren jede Beutel an 500 Gramm 40 Gramm begünstiger. 1A-Emmetaller offen oder vorverpackt 100 Gramm 1,35 1A-Greierzer 100 Gramm 1,45 Mondial Pfirsich Ananas, Bier und Cocktailfrüchte jede Dose 50 Gramm begünstiger 1 Weihnachtsstern für nur 4,50 Und nur morgen, übermorgen und am Samstag grob Sonnenblumenöl 2 Flaschen 1 Liter statt 49,00 nur 8,40 Clementina aus Spanien Netz an 1 Kilo 1,60 Auf Wiedersehen!